moin leute willkommen zu einer neuen folge osiris new dawn ich war ja gerade beim mumpeln gerade was eingefuttert blöde frage wo ist die base wort der hell warum ist die base von den typen weg sind die umgezogen warum ist sie jetzt auf einmal ok durfte ich mich bei den ansiedeln haben die gedacht hey der baut jetzt dabei uns das wollen wir nicht egal genau ich war ja hinten letztens bei der mine und bei der mine dahinten und bin da auf dem rückweg oder rückweg habe ich mir noch gedacht du brauchst noch eine hütte ich weiß gar nicht hatte ich die hütte schon die hütte und workbench mit der workbench können wir hier so ein bisschen werkzeug rumbauen das habe ich auch schon getan damit wir auch dann gleich loslegen können ich will nur schnell alles backpack also in die tasche zurück in die tasche zurück das können auch als in die tasche zurück das lassen wir drin das brauchen auch nicht der rakete brauche ich eine flair egal nee das messer das wollte ich noch so ein inventory das wollte ich noch zum schutz da lassen das mit wer weiß kann man ja nie hier kann ich mich halten hat mir wirklich was gebracht munition immer mit und was haben wir noch wasser unbedingt wer weiß was dadurch kommt das noch und genau das lassen wir mal und dann sind wir hier bei dem raus schauen wir noch hier oben da habe ich noch mehr noch mehr drin hat den hintergrund warum ich so viel drin habe ganz einfach ich habe halt viel gesammelt dann habe ich alles rausgelegt und habe ich noch ein bisschen rumgefummelt weil ich habe noch ein paar pflanzen gekillt ja und dies und jenes wissen wir wissen wie es so ist genau so der werkzeug zum zum kaputt hauen knapp zu weit haben und jetzt kann ich jetzt so jetzt ist es genau da genau weil jetzt was würde ich eigentlich machen verdammt tags ich habe es vergessen egal wir wollten glaube ich noch so ein teil kräften oder ich wollte zum teil nochmal kräften was brauchen dafür sonst für meis space schrott toll der lag doch irgendwo habe ich wieder mitgenommen ich klauen so und jetzt sollte man das kräften können ja sehr schön wo ist eigentlich mein roboter und wo macht das komische sonst ach so das ist das teil was kann ich mit der maus machen wie weit das auseinander wechseln oder was minus 20 meter ach so herzler vom boden her alles klar dann stellen wir das ding jetzt mal hierher wie tief das in der erde drin sein soll alles klar so f confirm wir bauen das ding vielleicht kann ich so ein bisschen schneller ähm gegenstände bauen sowie klack 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 so das wird das ist eh schon rasant schnell aber wenn ich mehr gegenstände hätte dann könnte ich da mehrere sachen platzieren oder schneller machen ihr wisst schon wie ich es meinen oder ich will diese scheiß iron weg haben aluminium kommt auch alles weg was der letzte geht nicht mehr oder was so eine scheiße hier geschützt alles klar so ähm blöd ist natürlich jetzt könnte da jeder rausnehmen wie er will deswegen nehm ich das jetzt gleich raus äh take all und pack's gleich wieder da rein weil da kann keiner was rausnehmen was ich sehr cool finde ähm nicht so wie bei ok bei pvp kann man bestimmt was rausnehmen aber ok any gut äh das multitudinal hab ich noch nicht gecheckt für was das ist ach repaaren kann man da was aha advanced repair wie geht denn advanced repair release action repair aha destroy cool ok ähm wir zischen weiter mit ganz großen schritten denn wir müssen in die mine gehen ich kann nicht singen und das ist auch gut so ähm genau wir machen da jetzt auch eine player level up das ging aber flott hä was bist denn du? bist du mein Roboter? komm mal her mein Kumpel oh das ist gar nicht meiner der arme Kerl liegt da einfach meiner ist bestimmt tot der liegt bestimmt irgendwo in der Müll in der Müllpresse drin so äh wir haben gelernt wir brauchen wir brauchen flashlight und wir brauchen eine Waffe sonst muss ich wieder warten Scheibenkleister ich könnte ja in der Zeit noch was naschen aber das hört man bestimmt habe ich überhaupt meinen Sound an das wäre nämlich der Oberhammer so und aus das wäre mega geil so ähm ne nicht aus an achso doch doch angemacht so 4 mit ner pistol habe ich schon mal viel weniger angst was ist denn das zu feiern? hier Ding ist das Bronze Carbon bestimmt ganz wichtig das wackelt zu komisch und hier ist nix drin das haben wir letztens schon gelernt denn ich wollte ja noch Search for Supplies genau in der Mine rum vorwerken hier wo war das? für Flashlight guck mal her hier ist einer das sind sogar zwei leck mich fett aber der ist schon tot guck mal ich stehe hier auf der Treppe du kannst mir gar nix anhaben oder rennt mir noch mehr Viecher um die Viecher die halten was aus lebt der immer noch? jetzt aber oder? blub blub noch was? ach echt jetzt? ich hab so panische Angst immer Critical Damage wieso jetzt wenn sie ein Tod? blub der Sound ist so ekelhaft kaputt ich bin reich an carbon nichts wir kommen bestimmt lichter und dann sterbe ich bestimmt einen grauenvollen tod wenn ich jetzt lichter machen kennst du das immer so wenn man sich umdreht oder wenn man sich dann macht eins und beiden und stirbt immer wo sind es wie ich jetzt hin okay war wieder klar die war voll für den arsch diese an die angelegenheit hätte ich mir denken ist offen billig scheiß darf habe ich wieder nichts gekriegt aber hier gibt es auch noch irgendwo lichter munition glaube ich zumindest munition ist das war ja wie immer so irgendwas finden aber wir können hier gleich was essen sollte ich mich ganz mal unterstützung was mit ganz das geht aber tapen vielleicht bringt doch nichts wie griechen dass wir griechen lassen abbrecher ach dass der druck das hatte ich letztens schon bin so blöd da kann ich lange da kann ich da kann ich lange nach druck und kurs suchen das wird nicht funktionieren da bin ich letztens schon rein den habe ich jetzt schon gefunden da wird er nichts mehr für mich haben der kumpel her so hier kommen die komischen viecher wieder das war natürlich nicht mehr viecher ja ja kommt so wie da steht es schon das war halt dafür da ist es viel bis jetzt tot schlacht man auch sicher sicher ich nehme da noch mal mit dass noch einander ich setze mich mal wieder hier hoch sicher sicher auch hat meine kleine wieder wach das wäre ganz blöd tot oder es ist wie fertig batterien sind auch gut oder ich habe es gefunden oder cool zum power teile gefunden das ist vielleicht sicher dass sie wieder irgendwelche viecher hochkommen okay sonst nichts angst hat sich gruselig an lithium ich habe alles gebrauchen werde ich durch früher war lithium ich glaube am anfang kann es sein für wasserherstellung und das hat das was irgendwie sowas oder kann es ich weiß es nicht mehr tutsch was war das habt ihr das gehört aber ich muss sagen das wird einem hier auf jeden fall viel einfacher gemacht als am anfang ich weiß noch die ersten die ersten schritte die ich hier in dem spiel gemacht in dem multiplayer in dem multiplayer single player ich glaube ihr könnt euch vielleicht noch daran haben oder einfach mal alte let's play dann schon ich habe mal vier folgen oder so gemacht da sah das noch ganz anders aus hier mit wasser und co da war ja alles noch selten so was muss man power up the energy using a new power supply position fünf meter also start position ich muss ja ich glaube dass ich hier muss jetzt und heute überziehe ich nicht heute schaue ich weil ich habe nur noch ungefähr sieben nun ungefähr so eine 20 minuten 25 minuten folge ist okay als andere wird zum rendern scheiße wird dann zum hochladen misst und dann kommt sowieso kein sauber ist viel zu lang ist und viel zu viel informationen hat oder auch keine ausweichen geblabber ich mach mal ein brustle brustle also weghören denkst du mal dran wenn ich brustle sag könnt so ein ton ausmachen dann kommt nur so ein gesüffel von mir so wo muss schön lass mich raten ich muss wieder zurück warum wusste ich das ich wusste es ich musste blöden ich muss noch nicht so ein computer zum laufen bringen man sollte vielleicht halt auch mal lesen ne baba baba steht ja nicht schon da drin ne ich muss es noch detailliert detailliert lesen ich zombie ich mein gott so und nun habe ich es gemacht find mein magni ja die ist aber weiter weg die hat glaube ich mit dem nichts mehr zu tun was ich hier suche oder wo kommt jetzt der blöde stupfen her find mein magni okay das ist nicht die find magni das ist die die ich glaube dass die mine schießt mich dort ich glaube die find magni die meint magni äh mine also die mine magni oder sowas ist glaube ich auf der anderen seite kann das sein auf jeden fall kann ich jetzt irgendwas bauen ich werde jetzt mal zurück zu meiner base gehen mal gucken was ich da hochziehen kann die ist eigentlich gar nicht so schlecht gelegen ähm zur not werde ich die umziehen aber aktuell ist sie sehr mittig wobei 2000 meter also zwei kilometer schon ein ganz schöner fußmarsch sind wäre schon cool wenn ich ein fahrzeug hätte dann würde ich zumindest ein bisschen schneller sein so balüm balüm zackig zackig guck mal da kann man ja extrahieren das ding so barts 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 was kriegt denn das ding überhaupt ach tree oder so ach berries ok hat jemand eigentlich schon mal über was ist das teil komplett klein zimmer das ist so klein dass das ding irgendwie mal umfällt oder so hab ich glaube ich noch nie ausprobiert oh die ist dieser schon fast bei meiner base die die mag nie mine das ist ja geil sie kommen so weit weg von mir da macht es ja noch viel mehr spaß was haben wir da für stoffsteiner für stoffsteiner er hat wieder Eilen er braucht den Stahlbettemann kein Mensch braucht dieser Welt Stahl Leute das wird reißen mit na wie heißt das mit Bienchen und Blümchen und so gemacht mit Stoff so gucken wir mal weiter hier was haben wir denn jetzt ich muss meinen Roboter mal finden so können wir jetzt hier was bauen wow cool ich kann das bauen ich habe zwei von eins wie kommt denn das ich kann da richtige Bels bauen das ist cool oh oh jetzt wird meine kleine wach das heißt ich werde den jetzt nochmal hier drehen ich werde dann vielleicht schon aufgehen mal gucken ach die ist ja riesig das Ding man ins Erdreich hätte ich gedacht aber ich will es natürlich auch nicht mitten hier in den Dings rein bauen ne in den Stein kann ich besser drehen man das ist ja ätzend dann drehen wir es halt so oder oh dann drehen wir es in die andere Richtung das kann ich richtig hoch setzen oder wo ist das geil kann ich das wirklich so machen so weit oben mit einer Treppe geht das das würde mich echt interessieren den Bauern jetzt so hoch kommen das ist das geil was ist denn hier los leute ich hab ein Bett und ich hab ein Computer ok ist drin aber ich hab ein Computer und Bett das kann ich eigentlich hier drin so ein Ding bauen so ein so ein hier ist so ein Scheiße toll jetzt baue ich so ein Iron und Aluminium Schund hier mal öffnen zehn stück oder brauche ich von dem Mist das Aluminium ist ja gut weg habe ich schon Iron hier irgendwo hier müsste ich das drin haben oder ach ne das war jetzt bestimmt Aluminium weil ich nicht gelesen hab Aluminium Aluminium wir haben genug wir haben so viel von dem Zeug wie schnell das leicht wird auf einmal Magnesium Hallo Hallo ich nehm es doch ach so ist es schon voll oder was ne hab ich es nicht verstanden ok egal was ist denn das Lied in Gott das ist in Gott a pricks mensch geht dann hier weg ich muss das lesen hä ok hatte ich das eingesammelt warum schwitzt denn das schon wieder so der fühlt sich so warm glaube ich ich glaube da müssten wir was trinken ähm oder was essen was essen vielleicht ja eat oder eat der Druck ist eben so kann das sein pressure ist ja irgendwie so brauche ich ne neue flasche brauche ich ne neue flasche ah das kann sein das kann sein dass ich ne neue sauerstoffflasche brauche aber egal wie soll ich das machen ne ich könnte mal einen schluck trinken hier so drink ah gut äh wo war ich stehen geblieben ach genau hier craften ob ich so ein Teil auch hier rein bauen kann das wäre mega nice oder aber aber es sieht doch hä wie jetzt da war doch gerade was grün ist das bescheuert ne scheint nicht zu gehen es wird irgendwie rot angemarkert drehen geht auch nicht ach das ist hier unten äh hier oben ok geht nicht gut dann wissen wir da bescheid escape alles klar dann werde ich hier beenden glaube ich und dann ist es das nächste warte ne eins muss ich noch hier machen ich muss meinen kleinen Roboter finden den habe ich doch hier irgendwo ausgesetzt kann ich das nicht nehmen ok klar nicht wo ist mein Blechkamerad den habe ich doch hier ausgesetzt den habe ich doch hier ausgesetzt der wurde bestimmt verschleppt mein Roboter wurde entführt ihr Schweine ok können wir nichts machen bis jetzt so ich habe doch gerade irgendeinen Pott gelesen oder lol ich kann da durchklotzen ach ja wie geil auf jeden Fall wäre hier irgendwo mein Roboter gewesen ich denke mal der ist hin ich schätze mal ich werde ihn auch nicht reparieren können ich glaube auch nicht dass ich ihn finde ich probiere es mal hier mit dem vielleicht geht das ja 5 was sind das hier für Wärme für Wärmequellen wo war wo war meine Map äh das push to talk oh out of power das Ding braucht Power Control ähm ist jetzt auf jeden Fall keine Power mehr ich meine wo war denn die scheiß Karte man Leute Map muss ich ja nochmal schnell Options Mission List Switch Camera Return schließ mich tot ähm Map 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 How to Walk Toggle gibt es jetzt auch ähm Mission List ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung Leute ähm das war Mission wo war denn das man das hatte ich in der ersten blöden Folge hatte ich das glaube ich auch gehabt oder manno scheißen globs das komisches zu uns ja Control Panel hört sich eigentlich gut an aber ich weiß nicht und wir brauchen ja noch ein Screenshot Leute wir brauchen noch ein Screenshot nochmal hoch wow von meiner neuen Base hier mit ne x mit v oder v yes wir können ruhig stehen im Fight Modus oder nochmal Pistol Pistol Modus Leute so so ähm sind wir schon wie wie war freier Blick ging das überhaupt das ist geil ach herrlich ach ja wie war Kamera irgendwie wohl Kameraperspektive oder so oder ach nur so oder schade okay dann machen wir es so hilft ja nicht das geht aber nicht das ist doof man wenn man was braucht Leute wenn man was braucht dann geht es nicht ich kann dann nicht scrollen die Waffe Tesa kommt ich will noch ein schön Screenshot machen und dann ist der Schluss also ich eigentlich ist schon Schluss Leute der könnte schon ausbauen wenn es so wird ich mache ja nur noch einen schönen Screen oder vielleicht vielleicht grüßen hier drauf stehen das knie ich wieso ist das geil ist das geil leider keine Ahnung ob es funktioniert also auf drei Leute Tschüssi